Pssst, jetzt kommt er. Fiedertanz De Vito Andiamo, neunjährig Hauptprämien-Sieger mit seinem vielbeachteten, sensationellen ersten Fohlenjahrgang. Serien-Sieger schon auf internationalem Parkett St. Georg in Inter 1 mit über 76 Prozent. Denn kommt er als frischgebackener Sieger der internationalen Dressurtage aus Valencia hier zu uns zurück. Rekorde an allen Orten. Preisrekorde mit seinen erfolgreichen Nachkommen. 4 Emotion, Fabiola, Freeman, Feel Free und der 1-Million-Euro-Preisrekorder der PSI Ferrari. 14 gekörte Söhne, das ist seine aktuelle Leistungsbilanz. Meine Damen und Herren, hier ist unser ganzer Stolz. Foundation und Matthias Alexander Rath. Sehr schön, Matthias. Die beiden haben unheimlich toll zusammengefunden. Wirklich das erste Turnier dieses Jahr mit einem riesen Erfolg von internationalen Richtern. Bis 78, 79 Prozent benotet in St. Georg und in Inter 1. Und ich glaube, man ist besser, gar nichts zu sagen, sondern einfach nur zu gucken und zu genießen. Und ich glaube, man ist besser, gar nichts zu sagen. Ich glaube, man ist besser, gar nichts zu sagen. Ich glaube, man ist besser, gar nichts zu sagen. Ich glaube, man ist besser, gar nichts zu sagen. Ich glaube, man ist besser, gar nichts zu sagen. Ich glaube, man ist besser, gar nichts zu sagen. Ich glaube, man ist besser, gar nichts zu sagen. Ich glaube, man ist besser, gar nichts zu sagen. Ich glaube, man ist besser, gar nichts zu sagen. Ich glaube, man ist besser, gar nichts zu sagen. Ich glaube, man ist besser, gar nichts zu sagen. Ich glaube, man ist besser, gar nichts zu sagen. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.